Ich bin nicht gut. Ich wollte nur meinen Test machen. Du warst so gut. Ja, das ist richtig. Ich gebe dir mal einen Daumen hoch. Die letzte Maske. Seltene Opfergabe. Absenken. Jetzt gebe ich dir den Finger hin. Oh, sie ist da. Koran assist mich auch noch einen Daumen hoch. Und Stefgadet auch. Und Delivore kriege ich auch noch einen. Ja, nur einen ist gegangen. Voll ein lieber Killer. Ja. Etwas so. Okay. The first time Tyree. Oh mein Gott, aber das war das erste Mal, dass ich wegspielt habe und gleich gewonnen. Dann habe ich ja mein Dings. Geil. Aber ich kriege nur 11.500 Punkte, wenn ich zweimal mit ihm überleben komme. Okay. Geil bitte deine Freunde. Jetzt spielen wir mal das einmal. Okay. Okay, tötest du uns? Ich wollte euch auch töten. Ich hätte auch mal Bock drauf. Dann mach mal, ich bin zuerst, dann bist du und dann ist Stefgad. Oder willst du zuerst? Das ist mir eigentlich egal, hä? Du hast mir doch einen Einladungsschiff jetzt gelöst. Ah, da. Ah. Aua. Aber was das Gute ist, wir können uns jetzt alle Perks, die wir wollen, aussuchen. Okay, welchen Killer nehme ich denn? Ich habe noch nie Killer gespielt. Oh mein Gott. Okay, ich nehme auf jeden Fall meine Flodette und ich nehme die Ausstattung. Leider kann ich Michael Myers nicht nehmen, weil ich keinen Adon dafür habe. Ja, ich glaube, das ist so. Ja, ich glaube, das ist so. viele Perks habe. Hallöchen. Das kann man ja, wenn man privat spielt. Ach so, wenn man privat spielt, darf man das alles? Ja. Das ist ja jetzt cool. Ich denke mir schon, sowieso habe ich so viele Dinge. Oh Mann, ist das hier viel. Das kann ich doch jetzt sicher alles durchlesen. Ich glaube, das ist ganz gut. Opfergaben, was nicht als Opfergaben? Nee. Uh, das nehme ich? Das nehme ich, glaube ich. Dann das. Ich nehme das. Weil ich habe eine gute Idee, was ich machen will. Ich glaube, das hier nehme ich. Dann gab es doch da so was geiles. So, also ich bin jetzt, glaube ich, ein Sanitäter. Ein Jäger-Sanik-Kasten, ein selbsthafendes Bandagen, irgendwas. Und Bandage. Es gab aber so was richtig geiles. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ja, ich habe das mit Tagefreiheit, vielleicht ist das ja total gut. Und da, 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 da. Oh, ach, das ist jetzt alles sehr schwierig hier. Ja. Mal, ich nehme mal das. Genau das. Ach, Mann. Da gab es so was richtig geiles. Ach, Mann. Ich weiß nicht, welche Perks ich nehmen soll. Oh mein Gott. Ich glaube, das nehme ich. Aber das ist... Das nehme ich... Nein, das ist ja voll kacke, weil... Ne. Und das nehme ich. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich will. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich habe alles, was ich will. Machen wir das. Ähm. Ich glaube, hast du auch Opfergabe und Item und Add-Ons und alles? Ja. Super. Weil dann... können wir besser gewinnen. Ah, ich habe einen Stich auf dem Arm. Das ist ja okay. Ich habe ready gemacht. Ja. Ah, das ist auch geil. Ah, wie groß ist denn eine Map? Ah, hier steht 36 Meter im Umkreis von 36 Meter. Egal. Das wird schon gehen. Bist du wahrscheinlich so ein richtig guter Killer. Nein. Das ist mein erstes Mal. Schau mal. Ah. Oh, jetzt zeigt mir das das auch an. Ja, weil ich noch nie um Killer gespielt habe, zeigt mir das grad an, was ich machen kann als Killer. Und was kann man da so machen? Oh, du kannst jemanden schlagen. Das ist schön, ne? Den Huckaback nehmen. Und hängen. Ja, das macht auch Spaß. Stimmt. Laufen und Sprinten hinterlässt rote Kratzspuren, denen der Killer folgen kann. Ja. Mal schauen. Was widerliches Schlachthaus. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Das ist jetzt cool. Ohhohoh! Kann ich denn als Killer lauf mal. Ich seh dich ja schon. Du bist rot markiert. Richtig. Du siehst mich auch, ne? Ja. Soll ich mich im Schraub verstecken? Findest du mich da? Oh, das war jetzt gut. Das Stören! Och, ich hab ja die Beile. Ist ja cool. Ach, du hast die. Niederland. Ja, ich hab die. Irgendwie gruselig. Oh mein Gott, das leckt richtig. Also man kann sich anscheinend problemlos im Schrank verstecken. Und da ist dran vorbei. So. Ich werde dich finden und dann werde ich dich... ...und bist du nicht mehr im Schrank. Oder? Ja, vielleicht. Such mal weiter. Ja, ich sag doch, ich bin voll als Killer von Bescheid. Ich kann dich aus weiter Entfernung in deutlich roter Markierung sehen. Oh, hallo! Och, schade. Geht mal schön weg. Jetzt müsste so ein Dings... Komm. Nein! Geht es denn hier runter? Ach, da. Brauch jemand Hilfe? Ich bin Sanitäter. Nee. Nee, ich hör mich grad selber. Oh, hallo! Hab ich ja gar nicht gesehen, dass du da bist. Huch. Komm nicht mal hoch. Ich komm nicht mal hoch. Ich weiß. Ich bin verstecken geblieben. Doch, ich komm eigentlich hoch, aber ich bin verstecken geblieben. Nein, ich hör's mal hoch. Nein, geh rüber. Oh, Mist. Ja. Hier. Warte. Hm. Wo häng ich denn hoch? Ja, wo hängst du mich auf? Dö, 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 dö. Äh, ist ja kein Spiel. Vorher ist dieser war der Mut. Oh, wie häng ich denn da? Ich repare mir grad den Generator. Oh, was ist das? Da. Warum kann ich mich wählen? Das ist aber ziemlich weit weg. Da, da, da. Kann es mal schön gehen hier. Ja, ich geh schon. Keine Sorge. Ich will grad was suchen. Hallo. 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 Hallo, du hast doch noch ein paar Jahre gekommen. Hallo, du hast ja noch ein paar Kinder. Also sie ist zu breit, um auch von solchen Rücken zu denken. Du wolltest doch nicht etwa einen Sanitäter töten, oder? Also, wirklich. Bitte! Nein, tut bitte weg von mir. Hallo, ich bin Sanitäter. Was kannst du da nicht machen? Ich mach doch doch alles freiwillig hier. Ja, ich lauf hinter ihm her. Und erwisch ihn nicht. Ich ruf gleich meine Sanitäterkollegen an. Jetzt hab ich gelernt, dass du vergessen hast zu rufen. Ach, wieso erwisch ich dich nicht? Das gibt's doch nicht. Sei mal ehrlich, was hast du denn für... Jetzt! Jetzt bin ich hier im Schlachthaus gefallen. Oh, wo bist denn du jetzt, Lauf? Ach, sonst bin ich erstmal hinten entlassen. Komm, lauf in meine Arme! Jetzt wollte ich das Ding da gerade umschmeißen. Das Ding jetzt mit der mit! Da! Hier! Weil du die ganze Zeit von mir ausgewichen bist! Jetzt muss ich die andere finden! Nee! Wie dich? Und warum? Ach toll, da opfert man seine Freizeit um Sanitäter zu werden und dann sowas. Ja, das ist halt wirklich. Da hängt man mit einem Haken durchs Herz. Nur, dass du das noch überlebst, ne? Ja, ich bin ja so ein Täter. Und ich würde dann überleben sowas. Was Blödes, ich kann ja jetzt auch niemanden Hinweise geben. Oh, hallo! Oh nein! Schlachthaus! Schöne Tierchen. Ach, schade. Boah, das war knapp. Ich muss jetzt nicht reinlaufen. Ich bin jetzt endlich in den Keller gegangen. Ach, ne! Das gibt's doch jetzt nicht. Tschüss. Oh, renn, 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 renn. Hm, ich verfolge immer Step-Up. Ich bin doch ein Sanitärder. Ich habe doch so gerne eine rote Mütze da. Ach komm schon. Das ist aber jetzt nicht cool von dir. Och. Hast du mich nicht einmal gesehen? Doch, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Aha, ich dachte schon. Hier, wieso kann ich jetzt nicht hier raus? Oh. Oh, das geht's doch nicht. Oh, ich sag doch, sie ist zu breit für die Baumstämme. Ich habe mich so richtig schön geheilt. Ich habe mich so richtig schön geheilt. Das ist mir vorbei. Wir schaffen das die anderen ohne Schmarrn. Die Killer. Ah, das ist halt irgendwie so. Tja, bei denen spiele ich halt nicht so gut, ne? Ach, gibt's doch jetzt nicht. Ja, ja, das machst du gut. Das machst du gut. Das machst du sehr, sehr. Das ist besonders schwer, es ist ja auch eine Frage. Besonders schwer ist das auch nicht doll zu sagen. Ich muss mal schauen, wo einen Haken gibt's da. Ich sehe schon. Oh, das mache ich jetzt. Nein. Nein. Nein, du hast Memento Movie, ne? Ja. Nein. Nein. Das heißt, das kannst du ja auch bei mir machen. Nein. Wie kannst du denn einen Saniteller so oft in den Kopf mit der Axt schlagen? Hör mal. Ich konnte das nur einmal machen. Ah, das geht nur einmal? Oh Gott. Naja, wenn das rauskommt, dann wirst du lebenslang im Gefängnis sein. Das kannst du nächstes Mal bei mir machen. Ja, das werde ich auch. Das tut mir leid, aber das war die Rache, dass du immer die ganze Zeit ausgewichen bist von mir. Ach, schade, jetzt finde ich sie nicht mehr. Kannst du ruhig wegbleiben von mir. Das wird vielleicht immer so flüstern, das ist voll gruselig. Du, wir müssen doch hier irgendwo rum. Kannst du nicht einfach mal gehen? Ach so, du bist hier irgendwo. Was? Nein. Ich glaube, ich war ein schönen Raben. Kann nicht mehr halten. Ne, jetzt höre ich dich nicht mehr. Wieso fliegt da so ein Fuh rum? Weil ich zu lange da saß. Ne, ich höre dich nicht mehr. Kann man den nicht einfangen oder so? Oder ein paar Mal mit einer Achse den Kopf schlagen? Nein. Du bist eben genau an der Fettung gelaufen. Also, genau an der Fettung. Aber jetzt bin ich schon weggekommen. Sorry. Kannst du ja Generatoren machen. Bis ich dich finde, dauert das eine Weile. Nein. Na? Ich sitze am Generator, du bleibst vorbei. Nein. 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 Das war jetzt voll, voll Glück. Oh, ich kann dich auch noch töten. Oh, dann machen wir das gleich. Warte, nein, warte, nein. Ich seh's nicht, weil ich nicht weiß. Weil du nix bist ja. Da kann man sie überhaupt zeigen auf YouTube. Spielergebnis tot. Oh. Also, als Killerin bin ich schlecht. Ja, auf jeden Fall. Schade, dass man die Punkte nicht bekommt. Na. Okay, wer ist jetzt Killer? Ich. Aber ich glaube, ich bin schlecht. Wetten, das sagst du und dann bin ich die Erste, die hängt. Da kommt die Rache.